Und hast du die Kamera? Ja, die sollte wasserdicht sein. Das sieht ja toll aus hier unten. Ja. Aber es ist ganz schön dunkel. Oh ja, es ist wirklich dunkel. Aber warte mal, wow, wow, komm mal schnell her. Warte, wo bist du? Hier, hier geht's nach unten. Und dort hinten ist irgendein schwaches Licht. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. Ich sehe ja gar nichts. Hier ist eine Höhle. Wir brauchen eine Fackel. Ah, hier. Das sieht aus wie so ein altes Wrack. Guck mal, hier könnte mal eine Treppe gewesen sein. Ja, du könntest recht haben. Und was ist in der Kiste? Wow. Was ist hier drin? Eine Karte und zwei Schwerter. Warte mal, ich geb dir mal eins. Okay. Weißt du, wozu das gut ist? Warte mal, ich guck mal. Karte? Keine Ahnung. Ich werd daraus nicht schlau. Lass das uns in aller Ruhe nachher angucken. Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Ich wusste doch, dass ich das irgendwo habe. Endlich hab ich's gefunden. Erik? Erik. Warte, er hat schon wieder die Tür offen gelassen. Na, jetzt weiß ich, wo er ist. Ah, hier bist du, Erik. Was machst du denn gerade? Ich guck nur gerade, wo wir hin müssen. Ah, sehr gut. Morgen gehen wir los. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Ich hab schon mal den Tisch gedeckt. Cool, danke. Verrätst du mir jetzt, wo uns die Karte hinführt? Okay, aber halt dich fest. Es ist die Schatzkammer Hero-Bright. Du kennst ihn doch, oder? Natürlich, wer kennt ihn nicht? Diese Karte führt uns direkt zu seiner Beute, die er nicht in seiner Welt, sondern hier lagert. Jedoch warnt uns die Karte. Nur die härtesten. Gut, gut, ich sein. Gut, gut, ich bin bereit. Gut, ich bin bereit. Bereit? Na klar. Dann zur Verpflegung. Komm, jetzt können wir los. So, kann losgehen. Ach ja, das alles lassen wir hinter uns. Unser schönes Haus. Ja, wir kommen ja dann wieder bald zurück. Komm. Das ist so heiß. Boah, ja, das sind mindestens 40 Grad. Lass mal ne Pause machen. Ich glaube, das Ende der Wüste ist erreicht. Komm, schnell. Wasser. Ja, warte, ich komme. Da vorne ist es. Ja. Ja. Boah. Ach. Diese Scheiß-Lianen sind einem immer im Weg. Okay. Äh, okay. Also laut Karte. Ähm. Ah, da oben. Siehst du diesen Baum da oben? Der da ist? Da müssen wir hoch. Okay, das kann ganz schön anstrengend werden. Kannst du nicht doch vorgehen? Ich trau mich das nicht. Ja, okay. Stimmt ja, du hast ja Höhenangst. Guck mal, das sieht aus wie für uns gemacht. Ah, eine natürliche Treppe. Und einen Indian hier kann man prima hochklettern. Ja, dafür sind sie dann doch mal nützlich. Ah, au, mein Arm. Au, au, ich hänge an. Ah, ich hänge an. Ah, ich hänge an. Ah, ich hänge an. Ah, ah, ah. Ah, ah. Oh, war das knapp. Und, hast du dich sehr verletzt? Nein, du. Okay. Ähm, also laut Karte. Also hier ist ja der Baum. Das war so ein Lockierpunkt. Und jetzt müssen wir hier lang. Also hier runter. Dann da oben wieder hoch. Oh, wie machen wir das hier nur? Oh, guck mal, wie dunkel das schon ist. Lass mich mal irgendwas zum Übernachten suchen. Oh ja, lass uns hier unser Lager auflaufen. Wir sind entschütten von den Gäumen. Und es ist hier eine freie Flosse. Komm. Erich? Kommst du? Ich bin müde. Ja, ich auch. Ja, ja. Schlaf gut. Ah, guten Morgen. Wir können los. Gut. Lass uns losgehen. Hier muss es irgendwo sein. Da ist es doch. Wo? Hier. Wow. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Komm, lass einfach zusammen reingehen. Los. Scheiße. Das war eine Sackkasse. Verdammt. Mann, ey. Aber guck mal, hier ist ein Hebel. Vielleicht geht es ja damit hier raus. Ja, soll ich ihn runterdrücken? Ja, mach ruhig. Okay. Uah. Ah. Wo sind wir? Ah. Wo sind wir? Ah. Wo sind wir? Ja, war das jetzt eine Falle oder sind wir hier wichtig? Na, wann mal auf der Karte steht... Ja, wir müssen... Wir müssen den Kompass benutzen. Okay, warte mal. Hey, der zeigt ja auf den Gang dort. Ja, stimmt. Du hast recht. Wahrscheinlich sind da drüben falsche Eingänge und da ist eine Falle. Okay. Komm, wow. Alter, was ist das? Eine Mine? Da hinten ist... Lava? Was? Was zum Teufel? Oh, Lava. Ich lag also richtig mit meiner Vermutung. Boah, es ist hier heiß und stickig. Also... Also rechts können wir hier nicht lang, eindeutig. Wir müssen uns hier links lang drücken. Boah. Nimm einmal tief Luft. Boah, ist das heiß? Boah, hier ist ja eine enge Stelle. Ah, ah, ah. Sind wir schon da? Äh, nee, noch nicht. Boah, ist das dunkel. Wieder stickig und staubig. Oh, ich glaube, hier geht's um die Kurve. Ah, ein langer Gang. Was ist das für komisches Licht? Lass mal weitergehen. Komm, was ist hier an der Seite? Ah, Hilfe! Lauf, lauf! Lauf! Ne, das müssen wir jetzt mal ignorieren. Ja, müssen wir mal. Komm, lass mal weiterlaufen. Mal sehen, was hier noch so ist. Und wo geht's jetzt hier weiter? Ah. Ah ja. Wow, was ist das? Eine riesige Schlucht? Warte mal, mach das nicht mal am besten vor. Okay. Wow. Hätt dich da oben dran. Dann kannst du es schaffen. Ja, ich schaff's. Ja, stimmt. Das geht. Hier hinter. Und hier. Und hier. Und hier. Und... Ah, ich bin unten. Kommst du? Ja. Wow, was ist das? Es ist so dunkel. Ja, irgendwie ist es immer dunkel. Guck dir das an. Äh, was ist das? Oh, nee. Drück den bloß nicht. Ich will nicht wieder nach unten fallen. Auf keinen Fall. Was ist das da oben? Keine Ahnung. Ja. Lass einfach den Fuckin hier folgen. Ah, hier geht's hoch. Ach, geschafft. Aha. Eine Wendetreppe. Was ist das? Keine Ahnung. Glaubst du, wir sollen es uns wagen, da durchzugehen? Also ich mach das nicht. Ich glaube nicht. Ich würd's... Ich auch nicht. Was machen wir jetzt? Meinst du, der Hebel hat doch damit was zu tun? Man kann's ja mal ausprobieren. Soll ich gehen? Ja. Ja, warte. Wenn irgendwas ist, dann ruf ich ganz laut, ja? Okay, mach das. Das war's. Untertitelung. BR 2018 Ich komme! Hat es funktioniert? Ja, schau es dir an. Oh. Cool. Komm. Na, guck mal den Boden an. Ist ja Wahnsinn. Hey, jetzt sind wir doch an der Stelle, wo wir vorhin hochgeguckt haben. Ja, stimmt. Oh, fahr bloß nicht runter. Es ist so tief. Oh. Und wie kommen wir jetzt hier rüber? Ich weiß es nicht. Oder, warte mal, ich hab doch ein paar Sachen mitgenommen. Vielleicht helfen die uns weiter. Ja, ich hab's. Das Zelt. Den Stoff können wir hier irgendwie... Ja. Den Stoff können wir irgendwie hier rüberspannen. Okay. Ich mach's so, dass man nicht runterfallen kann. Wow. Wow. Ah, spinne. Ah, 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 ah. Ich schüttel nicht was runter. Ah. Boah, du übergibst dich ja schon wieder. Geht das? Komm, lass uns weitergehen. Boah, diese Spinnenweben nerven. Guck dir das an. Das ist das, was ich denke. Ich denke, das ist das. Guck diese Steife an. Vor der hab ich irgendwie Respekt. Hoffentlich ist es... Ja. Ich glaub, einfach durch. Ich glaub, hier müssen wir auch auf die Druckmutter rauf. Oh ja. Wow. Was steht da auf dem Stück? Wir drücken, um den Schatz zu bekommen. Klingt irgendwie ein bisschen... komisch. Nein, nein, nein! Nein, nein! Ah. Ah. Hä? Oh, ich wollte den Schatz noch retten und dann... Das ist ja genial. Aha, mir geht's anscheinend weiter. Boah. Boah. Ich weiß nicht, was sollte das? Hey, das hat hier ein tolles Loch in den Berg gespeit. Guck mal. Alter, hier geht's weiter. Guck dir das an. Guck dir die Deck an. Was ist das? Okay. Nein. Aber ich glaub... Ja, ich hab den Schatz gefunden. Tret' dich mal lieber um, die Lava kommt. Na, und wir stehen doch hier drauf. Ah, ich hab... Wow. Nein, nein, nein. 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 Los, nimm die Kamera. Nein, nein, Erik, nein. Oh, er hat sich für mich geopfert. Er hat sich für mich geopfert. Warum musste er nur sterben? Warum konnten wir nicht tauschen? Er war mein Freund. Und jetzt ist er weg. Für immer. Wo bist du? Du, du brauchst dich nicht zu verstecken. Ich hab vor dir keine Angst. Wo bist du? Versteck dich nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein Nein Keine Tür offen. Er wird mir fehlen. Er wird mir fehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja 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 Hallo Lederrüstung Ich glaube das Ende der ist erreicht blablabla Oh Ist ja jetzt schon anstrengend Ja, ist jetzt schon anstrengend schon anstrengend. Ich kann schon nicht mal richtig reden vor Anstrengung. Hier ist Kohle. Toll. Hast du ja ganz toll hingekriegt, Erik. Und wenn ich loslassen, dann lassen wir los. Ja? Okay. Dann nimmst du auf. Drei, zwei, eins. Loslassen. Oh, scheiße. Scheiße, ich seh. Wow. Dummy. Ah, ah, ah. Oh, Gott. Oh, Gott. Hoffentlich spawnen hier nicht noch mehr. Mann! Er hat uns anscheinend auf die Probe bestellt. Mann! Was sag ich denn für eine Scheiße? Er? Vor allem er. Warum? Wir wurden anscheinend auf die Probe bestellt. Mann, warum bestellt? Was ist der Ausgang? Was geht hier? Wow. Du hast Steine in der Hand. Idiot. Ah. Guck mal, ich glaub, hier ist der Schmerz. Ich trete dich mal lieber um. Ich trete dich mal lieber um, Alter. Ich kann noch fliegen. Ich kann noch fliegen. Nein, nein, du, nein, nein. Keine Tür auf. Alter, was ist das? Das ist aber geil. Komm. Lass jetzt, ja, lass jetzt weitergehen. Deine Seite. Die Woche. Deine Seite. La Woche. Deine Seite. Untertitelung des ZDF, 2020